30 Krem Münzen und wenige Stunden später und da sind wir wieder bei Swanky. Jetzt kommt der Endspurt, obwohl der noch mal recht lange dauert. Jetzt machen wir erstmal hier noch ein paar Fragen. Ihr seht, ich habe mich wieder so bei 50 Münzen eingependelt. Die Leben dürften so bei knapp 100 sein. Da habe ich mich auch noch mal hingespielt. Hier in Donkey Kong Country 2 sollte ich vielleicht auch noch mal dazu sagen. Also willkommen zurück. Wir machen mal das Spuk-Spiel für zwei Münzen. Was hat er denn für Fragen? Wie heißt der windige Waldlevel? Ja, auch der Kremlings... Hurricanus... Hurricanus statt Amerikanus wahrscheinlich. Sturmwald müsste das gewesen sein. Gut, aber ich habe noch eine Frage auf Lager. Wie viele Wespensummen auf der Inselkarte um das Wespennest? Kann ich ja wieder raten. Ich nehme die goldene Mitte, ne? Also drei. Klingt fast zu wenig. Haha, stimmt aber. Hier die nächste Frage. So, wie lautet der Name der Kremling-Insel, auf der ihr euch gerade befindet? Kroko Island, Kroko-Insel oder Kroko-Land? Ach, ah je. Ich hätte auf gar nichts mit Kroko getippt. Kroko-Insel. Da sind wir bei 97 und jetzt will ich auch noch meine drei letzten Leben haben. Im Gibbon-Game. Welcher dieser Level-Namen kommt nicht im Spiel vor? Krokodil-Kessel kommt vor. Krokodil-Kessel kommt vor. Tiefes Kremlern kommt meiner Meinung nach auch vor. Krokonia müsste nicht vorkommen. Hey, das war ja richtig clever. Aufgepasst, die nächste Frage. Wie heißt dein Freund der Schwertfisch? En Garde. Da ist er auch schon. Oder Stachy oder Sägfried. Haha, ha ha ha. En Garde. Okay. Wie viele Globen, na toll, befinden sich in den Regalen der Kong-Schule? Puh. Ich nehme eh wieder die Mitte. Die Mitte ist 1. Scheiße, haben wir in der letzten Frage gescheitert. Okay, machen wir nochmal. Wir haben ja die Münzen. Extra ein paar gesammelt nochmal. Also, Krokodil-Kessel kam nicht vor. En Garde kam vor. Und, also 0 kann nicht sein. Da war, glaube ich, mindestens einer. Dann sind es halt 2 gewesen. Ja. Es hat 3 Leben gegeben, aber der Counter geht nicht über 99. Beziehungsweise er zeigt nicht über 99 an. Aber ich müsste jetzt schöne 100 Leben haben. Für 2 Bonuswelten, die noch kommen. Wie schön. Das ist hier, bei Klubber. Und jetzt werden wir mal sehen. Da sind es 30 Münzen. Wagt es nicht, hier ohne Bezahlung rüber zu gehen. Sonst werde ich mächtig unangenehm. Das war ja fast gereimt. Dann zahle ich mal 15 Crème Münzen, weil kämpfen klappt ja nicht. Hier entlang, Freunde. Ich habe die Brücke frisch poliert. Ah ja. Gut. Dann machen wir jetzt den Glutofen. Oder heißt es am Ende Glutofen. Was auch immer das ist. Ein neuer chemischer Kampfstoff vielleicht. Das Glutofen. Nein. Nein. Erst mal da hoch. Da gibt es doch wieder was. Ja. Und wenn es nur Bananen sind. Aber die bringen ja auch wieder Leben. Oh. Oh, die kommen runter. Ah. Das ist ja mal fies. Okay. Bin sowieso gespannt, ob die Welt jetzt wieder genauso. Okay. Oh. Oh. Du kleiner Penner, ey. Ob die Welt genauso fies werden kann oder noch fieser wird als die vorige. Wo ist denn jetzt hier wieder der? Der läuft rein, ja. Ich dachte, der kommt zurück. Okay. Ehrlich, ich will ihn machen. Der andere dürfte ja weg sein. Oh. Ne. Das ist zu knapp. Das ist zu knapp. Okay. Erst mal hier unten gucken. Ja. Gut. Soll mir recht sein. Hier komme ich offensichtlich mit dem Fass dann an. Ach, das Fass werde ich steuern, oder? Ja. Hui. Und danach schießt es mich raus. Das ist ja spektakulär. Die Frage ist, sollte ich irgendwas anderes erreichen? Wie weit schaffe ich es? Mit diesem... Ah, muss ich am Ende hier zurück? Aber hier ist doch nichts. Hier war auch nichts. Ich gehe mal Maximum. Nö. Da ist es dann auch weg. Oh. Gut, dann probiere ich jetzt die Richtung. Da komme ich höchstens auf den Gegner runter. Da war schon so ein Klapper. So ein Klapper. Oh Gott. Oh. Ne, also das hätte hier alles nichts gebracht. Vor allen Dingen der... Hallo? Oh. Der zweite ist da irgendwie abgesackt. Das möchte ich... Höh! Wollte sagen, das möchte ich gerne nochmal sehen. Der ist runter. Die anderen sind drauf geblieben. Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Okay, da kann ich runter. Das war nicht so schlimm. Ähm... Ja, Fass unter den Wespen drunter durchsteuern. Ach und er wieder. Na schön, danke. Das spare ich mir. Ups. Ach komm. Diese Steuerung ist so ein Dreck, ey. Teilweise. Ich möchte es wirklich nicht verallgemeinern. Ach Scheiße. Wie soll das denn gehen? Oh. Kaum Platz gehabt. Okay, da geht es oben lang. Oh Gott. Und dann aber unten. Hä? Was? Wie? Okay. Machen wir mal so. Schaffe ich offensichtlich sonst nicht. Oh. Ah. Ach was. Also die Münze kann mir gestohlen bleiben. Oh. Jetzt geht es nach... Oh. Oh Gott. Oh. Wie soll das denn gehen? Ach so, ich muss... Oh. Scheiße. Nein. Nein, 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 nein. Ach komm. Ich dachte erst, da wäre irgendwas versteckt. Aber es ist einfach nur, dass ich rechtzeitig hoch muss. Aber den Buchstaben will ich schon. Jetzt gehen wir erstmal wieder da hoch. Also der Plan ist, dass ich diese Bonuswelten, die wahrscheinlich etwas dauern werden, dann doch zusammenschneide. So, da dreht er nicht um. Ne, da dreht er nicht um. Weil, äh... Ja, das muss ja keiner haben. Das ist mal hier. Ah, den spare ich mir einfach. Wie wär's denn mal damit? Wenn der jetzt auch nicht hier wiederkommt... Oh, das war schon wieder so eine miese Geschichte. Man muss ja nicht alle Gegner killen, ne? Warum auch? Man hat irgendwie immer so einen Anspruch, aber... Nö. Einfach nö. Just no. Okay, also, unten lang. Hier ist noch Easy. Den kann ich mir auch sparen, ehrlich gesagt. Äh, vorher hatte ich einen Fass, ne? Stimmt, kam das hier raus. Ach, das war hinter ihm. Im Grunde ist der Erste auch unwichtig. Oh Gott, ich versuche mal über den Ersten rüber zu springen. Und dann... Ach, komm, ey. Ja, toll. Ach, ist das traurig. Die zwei Bananen sind es auch nicht wert, ehrlich. Aber das nächste Fass brauche ich. Auch wenn das jetzt großzügig bemessen ist hier. Wie soll man denn das... Wie soll man denn die Münze holen? Jetzt nach oben. Dann schnell nach unten. Dann aber auch gleich wieder hoch. So. Ach, komm schon da raus. Komm schon da raus, Mann! Das ist ein Scheiß. Man kann es halt nicht steuern. Also, ja. Man steuert es, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ach, so einen blöden Fehler, die man da macht. Beim Kennenlernen der Levels. Das ist halt einfach schlimm. Irgendwann hat man dann auch keinen Bock mehr, da gewissenhaft durchzugehen. So, habe ich schon. Ja, habe ich schon. Puh. Ist auch knapp, ne? Ach, scheiße, Mann! Das... Jetzt kommt er wieder. Ja. Okay, machen wir es halt so. Oh, ich probiere es nochmal mit dem TNT. Machen wir wieder nur den ersten. Achso, ich könnte ja auch mal... So machen. Genau. Kann ich mir den hier sparen. Und ab geht's. So. Es dauert immer doch recht lange noch, bis aus der Eins dann eine Null wird. Sozusagen. Achso, so holt man einfach die Münze. Das ist so ein Blödsinn. Ich dachte, die ganze Zeit lasse ich mich da hochfeuern und kriege dann das Fass hier noch. Das geht ja gar nicht. So, jetzt gehen wir einfach unten lang. Aber jetzt ist das Problem. Jetzt wird die Eins. Genau, jetzt machen wir das so. Jetzt komme ich hier hinten raus. Ah, Eins, Zwei. Ist ja an sich nicht der schwerste Level, aber ich stelle mich ein bisschen blöd an. Jetzt weiß ich natürlich gerade nicht, was kommt. Und ich habe auch noch keinen Speicherfass. Die Bananen zeigen mir den Weg. Weg, Weg. Oh, oh, oh. Oh Gott. Oh, weia. Okay, ganz nach oben. Was? Ah! Oh, zum Glück bin ich zu zweit. Oh, oh, oh. Da hätten wir schon mal das. Ei, ei, ei. Jetzt wäre ich hier auch wieder zu zweit geworden. Kobische Formulierung, ne? Oh! Oh, 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 oh. Den musste man ein bisschen austricksen. Oh, 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 und Münze. Ja, toll. Ey, den habe ich ja gefressen. Wie soll das gehen? Einmal kurz hier hin, dann flippt er doch wieder aus. Aber er muss ja zweimal ausflippen. Ah, was mache ich? Mann, ey, genau zum falschen Zeitpunkt. So eine Scheiße. Wo war das was? Da ging es ja sowas von gar nicht zurück. War da nicht irgendein Fass kurz hinter mir? Ich habe den Level völlig falsch eingeschätzt. Ja, ich habe Speicherfass so. Also bisher lief es nicht ganz so schlimm wie... Wo ist dieses Fass? Ich höre es doch da. So war das. Oh Gott. Ja, tauch mal ab, mein Freund, so. Hallo? Hallo? Er hat auch keinen Bock mehr. So. Oh. Oh. Okay. Ja, also nichts wird so schlimm werden wie das vorige Level. Oh, da bin ich ja schon wieder. Okay. Wie machen wir es jetzt? Ich lasse ihn ausholen und muss wirklich erst im letzten Moment springen. Anders habe ich keine Chance. Ah, dann geht der sogar. Sogar, wenn er nur einmal zugehauen hat. Wow. Was? Nur eine Sekunde? Was? Oh Gott. Oh. Das geht einfach nicht, da rüber zu kommen, Mann. Wie soll... Wie soll das denn gehen? Oh Gott. Oh. Oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, na klar. Scheiße. Okay, das End schnappe ich mir irgendwie. Oh. So, jedenfalls nicht. Okay, N. Dritter Buchstabe. Ach Mann, ey. Diese Fässersequenzen, das nervt einfach. Oh. Oh. Und hoch. Und Münze. Ja, ich habe mich übrigens geirrt. Man kann... War das jetzt Glück, dass das einmal geklappt hat mit dem grünen hier? Mit dem grünen Fuzzi. Oh. Ne, das ist reproduzierbar. Ja, man konnte erst in... Ah. In späteren Teilen. Oh Gott. Wie soll denn das gehen, Mann? Wie soll denn das gehen? Oh Mann. Ich flippe aus. Ich flippe aus. Oh, was? Wie... Wie... Pfff. Mann. Ich kriege keinen Satz zu Ende. Es ist erst in späteren Teilen so gewesen, dass man Leben kaufen konnte im Shop, ne? Deshalb habe ich von den ganzen Münzen gar nichts, weil ich ja, ähm, die Swankies hinter mir habe. Nun, komm schon, mach. Trau dich. Ich trau mich auch. So. Oh Mann. Jetzt ist doch wieder eigentlich alles so überschaubar. Aber man scheitert halt wieder an irgendeiner Stelle. Immer und immer wieder. Was die Sache jedes Mal ärgerlicher macht. Oh. Ja, allein die Stelle ist ein Scheiß. Oder ach, ich muss mit dem Fass höher, ne? Wie wär's denn mal damit gewesen, ja? Oh. Ist das schon wieder? Das kann doch nicht wahr sein. Also man muss hier rum und, äh. Erstmal den schaffen. Das wäre ja schon schön. Oh, ich, ich, ich. So, und dann werde ich da hinrollen. Okay, das war ja noch im Rahmen des... Noch nö. Des Möglichen. Na, geht's los? Ah! Ey, nimmt der mich hier? Also. Okay, soll mir recht sein. Pff. Ach du Scheiße, das Fass geht zurück. Oh. Oh Gott. Ah. Ah, Mann, ey. Einfach unten bleiben. Aber im Endeffekt ist es möglich. Ich zieh mal jetzt durch. So, man muss einfach nur durchziehen tatsächlich. Ha. Faszinierend. So, hier soll man irgendwie... Oh Gott. Unten rum. Das geht ja auch nicht. Also mit der Rolle geht's am besten, glaube ich. Oh, der ist echt eifrig, der Typ. Der nervt. Na, komm her. Ah. Pff. Der kommt nicht wieder hoch, oder? Ha, 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 ha. Okay, Scheiße. Was kam denn jetzt hier? Pff. Einfach unten durch. Hab ich doch gesagt gerade. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, nein. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich muss hoch. Oh Mann. So, einmal unten und jetzt oben. Ab jetzt nur noch oben. Nein, auch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Was? Wie soll denn das gehen? Ah. Ah. Puh. Ja, super. Kann ja nur die Rolle sein. Pff. Oh Gott. Ah, ha. Ihr Kackviecher, ey. Wie soll ich denn an euch vorbei? Ah, okay. Die machen sich selber K.O. Ach stimmt. Da muss ich gar nichts machen. Ha, ha. Wie geil. Ja. Bleib mal schön hier. Hey, 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 hey. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Oh. Oh Mann. Was? Warum springt sie denn da raus? Warum passiert denn sowas? Oh. Hey, das war doch gar nicht so schlecht. Oh. So, mal kurz ab. Ich weiß auch natürlich nicht, ob man vielleicht in sie reinrollen kann, wenn sie Dizzy sind. Erst mal hier holen. So viel Zeit habe ich ja noch. Oh. Ah. Oh, scheiß auf die Bananen, ey. Scheiß auf die Bananen. So, du Tänzer, du. Wir fechten es aus. Hopp. Achso. Oh, tatsächlich. Es gibt Bonusrunden hier. Ist ja unfassbar. Hatte ich noch keine, oder? In diesen Extra-Levels. Finde die... Oh Gott. Ha. Hast du schon selber gekillt hier? Ach ja, klar. Finde die Münze. Das kann eigentlich nur eine sein. Ah. Ich muss hier durchziehen. Ich habe keine Wahl. Obwohl die Bonusrunden waren ja nicht die fiesesten. Ich weiß nicht, wann sie umdrehen. Ich ziehe einfach durch. Oh. Fast zu viel durchgezogen. Ah. Die Zeit sieht gut aus. Ah. Oh Gott. Ist hier bald mal Schluss. Oh. Wird das fast gerade schneller? Ui, 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 ui. Ha. Guck mal eine an. Da ist sie. Na. Jetzt sehen wir nämlich auch, wie viel ich habe. 35. Kann euch das danach gleich mal durchrechnen. Ah. Das ist das Ziel. Oh. Da gibt es drei Leben. Drei Leben. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Boom. Puh. Ach. Ich stehe ja noch gut da. Ist auch immer kein Grund, sich aufzuregen, ne? Die Leben haben sich gehalten. Aber trotzdem. Puh. Das war schon fast eine gute Folgenlänge. Aber das ist ja geschnitten. Jetzt schon. Glaube ich zu wissen, dass es geschnitten ist. Ähm. Wir gehen mal zu den Flügen. Und dann. Jetzt ist alles gratis. Ich habe auch alles freigeschaltet. Jetzt steht eigentlich nur noch K. Rules Reich an. Und zwar mit hier unten. Mit Klabas Kiosk. 15 Münzen habe ich ja noch. Rein da. Tschüss. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ja. Den habe ich doch schon wieder. Wie man merkt. Äh. Puh. Das heißt jetzt. Tierische Show. Okay. Ah, ja. Alles klar. Da sind wir doch erstmal Rambi. Wahrscheinlich werden es noch mehr Tierchen. Also mit Rambi bin ich eigentlich ganz zufrieden. Weil da passiert jetzt noch nicht so viel. Hoffentlich. An Gegner Chaos. Aber wer weiß, was hier nicht noch. Alles. Okay. Über die kann ich rüberspringen. Alles an fiesem Viehzeug kommt. Oh. Okay. Ach. Klappe. Oh. Nicht, dass ich die brauche, um irgendwo hochzukommen. Okay. Du bist nur so eine blöde gelbe Wespe. Du tust mir gar nichts. Oh. Oh. Jetzt wird wieder gehüpft. Aha. Erstmal auspendeln hier. Doink. Doink. Oh. Knapp. Ah. Okay. Wollte mal sagen. Jeder hat hier seinen Abschnitt. Jetzt kommen die ganzen Viecher. Nee. Jetzt kommt Eis. Okay. Ach. Wie schön. Scheiße. Ah. Boah. Bitte. Ah. Scheiße. Ich dachte, ich wäre da oben drauf. Nein. Ein bisschen verkoordiniert. Oh. So. Ei, ei, ei. Das kann ja was werden hier. Okay. Aha. Ah. Ja. Okay. En garde. Die Tiere haben ja immer Spaß gemacht. Also wenn es denn funktioniert. Höh. Komm mal ja hier. So. Und ich hier auch nicht gehetzt werde, gestresst werde, irgendwas. Oh. Das war. Oh. Da hat der mich doch echt hier hingelockt. Gar nicht mal schlecht. Pff. Achso. Wollte gerade sagen. Hatte ich das K überhaupt schon? Ganz schön versteckt für so einen Buchstaben. Ich glaube, es ist hier. Man kann nämlich mit dem auch so eine. Nee. So eine Attacke machen und manchmal durch Wände durch. Das kann man dann überhaupt nicht ahnen vorher. Hier geht es unten und oben. Ah. Ah. Die wieder. Ah. Hier wäre es oben lang gegangen. Okay. Päh. Weg mit dir. Und wenn mal so einzelne Bananen sind, kann man auch probieren, mal in die Wand rein zu schwimmen. Pff. Pff. Weg, weg, weg. Den mache ich einen nach dem anderen. Ehrlich. Pff. 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 Sammelt jetzt jedes Tierchen einen Buchstaben? Hatte ich beim Rambi den K? Den K. Sag mal, ich kann nicht mehr reden. Bei Rambi das K. Bei den Rambi den K. Oh. Pff. Ihr seid doch kaum zu sehen. Da geht es schon los. Hey. Kackviecher hier. Die sind wesentlich explosionsfreudiger als im Hauptspiel, sage ich schon fast. Ja, Hauptspiel. Ich teste einfach mal. Vielleicht ist, hier ist es unlogisch, dass da was wäre, aber egal. Ah. Er nun wieder. Uh. Tja. Der ist aber ganz schön unterwegs. Also. Ganz schön weiten Weg gemacht. Ist es auch gerne mal am Rand einer Map. Aber naja. Jetzt wohl. Ah. Pff. Habe es einfach mal gewagt. Ah. Oh. Sehr schnell. Alter. So. Wo war mein Schicksal? Ich weiß es schon. Ach ja. Oh Gott. Oh. Einfach nur weiter. Uh. Okay. Okay. Das soll mir recht sein. Der ist auch weg. Hä. Was kam denn hier noch alles an Gegnern eigentlich? Ehrlich? Da riskiere ich es jetzt. Weil meistens war es so. Okay. Meistens war es so, dass man dann irgendwo nicht mehr. Was? Rüber kam. Hallo? Ist dann auch gut mit on guard. Ich will ein Speicherfass. Nächstes Tierchen und Speicherfass ist okay. Ups. Moment. Erstmal wieder hier gucken. Aha. Ja. Danke. So habe ich es mir gewünscht. Und wer weiß, wo hier nicht wieder was versteckt ist. Naja gut. Hier oben nicht. Und immer schön vorsorglich schon mal die blöde schießen. Weil kommen ja immer alle möglichen Gegner hier. Ups. Moment. Den wollte ich so stoppen. Aber hier oben ist nichts. Ach du Scheiße. Na. Erstmal den da abschießen. Die Mitte hier geht nicht. Aber ich kann hier stehen. So. Warum sind da Bananen? Ich könnte da hin. Aber ist das sinnvoll? Oh. Es hat gar nichts gebracht. Außer Bananen. Ach so. Das geht eigentlich auch. Konnte ich hier stehen? Ja. Da unten sind schon wieder Bananen. Das ist alles sehr verdächtig. Hier da. Was soll denn das? Als wenn da noch mehr wäre irgendwie. Haha. Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. Da unten ist eine Münze. Ich setze es mal ganz runter. Ach du Scheiße. Ja. Da unten ist mehr, ne? Äh. Da oben ist mehr. Wollte ich sagen. Oder ist das nur der reguläre Weg? Oh. Oder muss ich halt höher? Ja. Ich muss höher. Aber wer weiß. Am Ende ist jetzt da unten die Decay-Münze. Ich ahne es ja fast. Oder? Was? Moment. Was soll denn das Fass? Scheiße. Da war eine Banane. Die hat. Ach Mann. Die hat auf was hingedeutet. Hätte ich das mal zuerst gemacht. Kann ich wieder zurück? Ich glaube nicht. Ach, schöne Musik hier. Auch schöner. Naja, Hintergrund ist eigentlich. Oh. Shit. Ah, kacke. Kacke zurück. Ah. Hm. Jetzt lasse ich mich hier langsam hoch. Weil. Das Fass scheint nicht gut zu sein. Ah, da kommen doch auch wieder Viecher, oder? Hä? Okay. Bonusrunde. Boah, hätte ich nicht gedacht, dass ich noch die Münzen finde. Mache alle Gegner fährt. Ah, ah, ah. Ach, hier wechselt man auch noch. Wie schön. Oh, ich flatter schon wie wild. Oh, komm schon, komm schon. Komm schon. Ach, war machbar. Hä? Nochmal Spinne? Warum? Damit ich ins Ziel laufen kann? Äh. Oder damit ich noch ein paar Sekunden verliere. 36 Münzen. Es gibt übrigens maximal 40. Das soll nicht meine Sorge sein, weil mehr kriege ich jetzt hier nicht. Vielleicht kriege ich noch eine beim... Ah, ich will es nicht verraten, was da noch kommt. Na, komm. Ah! Oh Gott. Ich wollte schießen. Aber so soll es mir auch recht sein. Ah, wie das untere mal weg geht, macht einen ganz nervös, ne? Hier ist wenig Platz. Warum mache ich es eigentlich gerade so mühsam? Gibt ja auch die Methode. Okay, Scroggs. War klar, dass der noch kommt hier. Wind! Och, nee. Ah! Oh Gott. Okay, Wind, der wechselt. Oh. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Äh, vorsichtig. Höh! Ah, ah, ah! Oh Gott, nein, 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 nein. Oh! Oh, scheiße. Oh. Oh, uh. Oh, nee. Buchstabe, du bist mir egal. Du bist mir total egal. Oh! Scheiße, ist das mies, ey. Oh! Oh! Ich glaube, schneller durch ist einfach keine Lösung. Oder? Doch. Ein bisschen schon. Ah. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh! Oh! Ah! Ah, jedes Mal wieder, Mann. Oh! Oh Gott. Was ist denn hier rechts? Oh! Oh, seid ihr wahnsinnig? Oh Gott. Oh, scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! 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 Was ist denn hier? Da ist doch nichts. Warum? Oh! Oh Gott, ey. Ist das furchtbar. Oh! Werd die jetzt peu a peu abräumen, die Gegner. Oh. Oh! Nicht zu hoch flottern. Oh Gott. Ah! Wo kommst du denn her, Mann? Oh. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. So weit treibt es mich im Übrigen gar nicht. Was ist denn hier los? Was mache ich mir in so einem Stress? Das geht jetzt gerade echt. Relativ geschmeidig noch. Vielleicht, wenn ich flatter, ist das dann schlimmer? Oh, 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 oh! Mann, jetzt aber schnell hier. Oh, oh Gott, oh Gott. Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das schaffen? So, jetzt muss ich genau, den machen. Oh Gott. Oh Gott. Ich höre mich selber schon an wie ein Papagei, ne? Oh Gott, so eine Scheiße. Was deckt die sich denn hier aus? Ja klar, die Münze will ich haben, ne? Ach du Kacke. Ha! Okay, der Squawkspart ist oh Gott, vorbei. Ich wollte gerade sagen, ich will einen Speicherfass, aber ich hatte schon einen Speicherfass. Oh Mann. Scheiße. Der Witz ist, ich hatte ja... Was? Achso. Oh Gott. Ich hatte einen Speicherpunkt angelegt, so ehrlich bin ich. Aber es war direkt der erste Versuch nach dem Speicherpunkt tatsächlich. ist es zu glauben. Ah! Aber jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Okay. Wie schön. So, nächster Versuch. Ja! Ah! Tut mir leid, dass das nur mit vielen Schnitten zu ertragen ist. Oh, das war aber ganz schön weit oben da. Okay, die fliegt da. Da passiert noch nichts. Muss ich der so ein bisschen hinterher? Kann das sein? Muss ich die eventuell am... Ja, an ihrem weitesten Punkt treffen? Genau. Schön, dass es die Wespe nicht stört, ne? Das geht jetzt eigentlich, behaupte ich, bis ich jetzt gleich wieder tot bin. Keine Schlangen mehr. Okay. Ah! Das war eine dumme Idee. Ja, schönen Dank. Oh, Ziel! Oh, wunderbar. Ich meine, zu zweit wäre auch nicht schlecht gewesen. Oh, warte mal. Ich will hier hin. Da ist nichts. Ei, ei, ei. Ich... Keine Ahnung. Ah, fast. Aber gut. Das Leben... Wie viel hatte ich eigentlich in der Zwischenzeit? Brauche ich das unbedingt? Ah, das war eine harte Nummer. Aber gut, war ja auch das letzte Bonus-Level. Ja, und wer hätte es gedacht? Jetzt kommt nochmal der Krokodil-Hit. Ah, 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 ah. Ich bin wieder zu zweit. Wie schön. Schnell mal wechseln. Ih, was denn mit ihm? Mr. Davy Jones oder was? Oh Gott. Was? 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 Fischlies? Äh. Okay, die Dinger kennen wir ja schon. Ah. Ah, was? Wann kommt die richtige Kanon... Oh, Kanonenkugel. Jetzt, oder? Nö. Nicht wirklich. Kommt irgendwann eine? Oh, bitte. Oh, bitte, was? Ach, das sind jetzt hier einfach nur Sequenzen, die immer fieser werden. Oh, oh, oh. Oh, oh. Bis irgendwann... Hallo? Irgendwann... Oh, ja, klar. Oh, 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 oh. Oh! Oh, oi, 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 oi. Irgendwann die richtige kommt. Irgendwann. Irgendwann. So wie beim Dating. Irgendwann kommt die richtige. Scheiß, jetzt ist doch mal gut. Meine Fresse, ey. Was sind das für Sequenzen? Oh, oh, oh. 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 Alter. Nein! Das habe ich falsch gemacht. Das war schlecht. Okay, habe noch 92 Leben, um den Scheiß zu meistern. Wunderbar. Und bisher sieht es nicht so aus, als wenn es irgendwie ein Extrafass noch gäbe. Ach, stimmt. Ich hatte ihn ja im Wasser versenkt. Er ist zurück aus der Versenkung. Ich springe jetzt mal über alle rüber. Warum eigentlich nicht? Oh Gott, der letzte war schnell. Naja, so immer nur springen ist auch schlecht. Oh, oh Gott. Ah! Ah! Oh Gott, ich habe gerade die Charaktere verwechselt. Zum Glück ist nichts passiert. Ah! 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 Ah, das ist happig. Das ist echt happig. Jetzt kommt ein schneller zwischendrin immer. Pschu. Ach. Es kommen zwei schnelle, ne? Oh. Ah, scheiße. Da geht einem einfach der Platz aus. Einmal. Oh! Scheiße. Da war ich doch vorher besser. Oh Gott, ey. Okay. Scheiß Dreck. Das Beste ist, wenn man am Anfang über die rüber ist, wenn dann die schnellen kommen. Mal probieren, ob ich das hinkriege. Ich habe ja keine Ahnung, wie viele Phasen der noch wieder hat hier. So. Einmal. Einmal. Ne. Ne, jetzt kommt schon die Sequenz. Hü. Mann, das ist aber auch ekelhaft knapp. So. Dreimal. Ohoho. Das sind so viele. Mann, ey. Werd immer schlechter. Jetzt kommt der schnelle zwischendrin. Oh. Hä? Okay. Oh. Na, mach doch. Oh. Scheiße. Okay, ganz nach vorne. Sollte man sich auch nicht leisten? Puh. Mann, aber hier ist man wenigstens wieder schnell hin. Hat man sich schnell hingespielt. Das ist nicht ganz so schlimm. Noch. Wenn er einmal nur Fische schießen würde, ne? Das wäre ja okay. Also wenn ich einmal so ein Nebeldings abgreife, dann ist es vorbei. Weil dann kann ich nicht mehr steuern. Da sage ich, äh, gute Nacht. Das mache ich nicht mit. Was soll das eigentlich darstellen? Irgendwelche Geister. Hü. Mann, der ist immer wieder knapp, der letzte. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Die Abstände sind hier so furchtbar eng auch, ne? Mann, schon wieder. Herrgott nochmal. So, ein schneller. Ein schneller, okay. Ah, zwei schnelle. Drei schnelle. Oh, Mann. Es kann doch nicht wahr sein. Es hat am Anfang besser geklappt. Ich weiß nicht, wie weit ich schon bin. Ah, das ist schon echt happig. Was habe ich mir denn da bloß angetan? Ich finde es gerade schlimmer als die Bonus-Tempel in späteren Donkey Kong-Countries. Die ich sehr gut kenne und auch zur Genüge gespielt habe. Und da musste man auch einiges können. Aber das, was hier abverlangt wird, ist echt happig. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal. Ah, nee, jetzt kommen die ganz vielen. Kommt der Schnelle. Das gleiche jetzt bei denen. Okay. Warum mache ich das? Mann, es geht nicht. Kann doch nicht sein. Kann man es nur schaffen, wenn man da vorne ist? Also, wenn man ganz links ist? Meine Fresse, ey, echt. Muss ich gleich nochmal probieren. Das hilft ja nichts. Also, es dauert doch eine ganze Weile, bis die ersehnte Kanonenkugel kommt, muss ich sagen. Oh, Mann. Boah. Das ist nervig hier. Das ist ja unfassbar. Die Abstände werden auch so furchtbar eng. Uh. Oh. Das kann auch nicht klappen. Uh. Da muss man spätestens... Beim letzten muss man rüber, glaube ich. Einmal, zweimal, dreimal. So. Ja, so muss es klappen. Uh. So, Rekord. Ah. Oh, war klar. Oh ja, bitte. Äh. Was? Was? Ey, verarsch mich doch nicht. Einmal, zweimal. Und beim dritten Mal muss man rüber. So. Der Rest war eigentlich okay, oder? Oh, scheiße. Er hat noch eine geschossen, genau. Jetzt schießt er auch noch eine vierte. Uh. Und jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie. So, ich bin bereit. Ich bin bereit, mein Freund. Ich bin bereit. Fuh. Oh. 37. Boah. Jetzt ist aber auch mal gut. So, also 37 von 40. Und zwar aus dem Grund, weil ich in den ersten drei Special Stages die Münze nicht gefunden habe. Ich habe sie erstaunlicherweise jetzt gefunden. In den letzten beiden. Hm, nicht schlecht. Ich muss zugeben. Naja, also gut. Ihr wart wirklich klasse. Ihr wart sogar super. Ja, hat mich aber einige Nerven gekostet. So, lasst uns mit den Lobeshymnen aufhören und endlich nach Hause gehen. Oder was meint ihr? Was rumpelt denn hier so? Tja, gut. Wer kann schon Mario schlagen? Seid ihr wieder hier? Mal sehen, ob ihr euch seit dem letzten Mal verbessern konntet. Ja, konnte ich. Von 4 auf 37. Ne, 7. 7 auf 37. Nicht schlecht. Fast hättet ihr es nach ganz oben geschafft. Macht nichts. Ihr könnt es ja noch einmal probieren. Ja, also ich gucke jetzt vielleicht nochmal privat rein. Was in den ersten drei... Ah, Abspann. Oh. Der ist aber schön. Hahaha. Jetzt geht K. Rool endgültig unter. Nein, er flüchtet sich natürlich. Sonst gäbe es ja keinen dritten Teil. Wow. Aber man könnte ja mal die Hoffnung haben, dass seine Macht ein bisschen geschwunden ist. Geht der unter oder wird der einfach nur kleiner Richtung Horizont? Man kann es nicht genau sagen. Nein, er ist weggesegelt. Ja, das sieht schön aus. Schöner Abspann. Wenn auch sehr stationär, aber schön gerendert. Wenn da jetzt sonst nichts mehr kommt, dann hätte ich es hier an der Stelle auch. Ja, also ihr habt es gesehen. Es hat einiges an Nerven gekostet. Drei Münzen fehlen. Ansonsten habe ich wirklich alles. Da müsste man glatt mal gucken, was der Speicherstand sagt. Ob der jetzt... Naja. Bei 100% kann er immer noch nicht sein. Wahrscheinlich 98 oder 99%. Es gibt nämlich komischerweise, so wie ich gelesen habe, insgesamt 102%. Ich drücke das mal weg. Sind wir hier wieder am Start. Und jetzt müsste ich doch hier meinen Speicherstand sehen. Ja, 99%. Ist doch auch eine schöne Zahl. Und der hat mir wieder alle Münzen geklaut, ne? Das ist echt eine Frechheit. Man startet mit so ein paar Leben wieder neu. Wenn man einmal rum ist und mit null Münzen. Also diese Creme-Münzen. Furchtbar. Und vor allen Dingen startet man auf Englisch. Der merkt sich nichts. Ja gut, aber ich bin durch. Ich bin glücklich. Und ich hoffe, ich konnte das einigermaßen schneiden. Dass die meisten meiner Flüche raus sind. Und dass das auf eine erträgliche Länge zusammengeschrumpft ist. Ich kann es jetzt gerade nicht so genau sagen. Ich glaube, ich hatte jetzt brutto irgendwas zwischen 50 Minuten und eine Stunde für diese letzte Folge. Ich hatte aber vorgehabt, die beiden letzten Special Stages und den Boss in eine Folge zu packen. Vielleicht habe ich 30 Minuten draus gemacht. Vielleicht feiere ich es auch mit 35 oder 40 Minuten. Ich weiß es noch nicht. Ihr wisst es schon längst. Denn ihr habt das Video jetzt ja zu Ende geguckt, wenn ihr das hört. Oder ihr seid vorgesprungen. Oder ihr habt einfach nur gesehen, wie lange das Video dauert. Ja. Donkey Kong Country 2 ist durch. Damit ist die Donkey Kong Country Reihe natürlich noch lange nicht am Ende. Die Ur-Trilogie bestand ja aus, na, wie viele Teilen? Wer das Wort Trilogie einordnen kann, der weiß das natürlich und wer kann das nicht. Es kommt natürlich noch ein dritter Teil aus der 16-Bit-Ära. Den habe ich eigentlich noch ganz gut in Erinnerung. Also nicht die einzelnen Levels, aber wie der so aufgemacht war. Der war recht umfangreich. Das wird auch nochmal ein hübsches Projekt. Bedanke mich fürs Zusehen und sage mal, wir sehen uns da wieder. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020